Ein berühmter italienischer Confisserie, also ein Schokoladenhersteller, hat mal geworben mit Spannung, Spiel und Schokolade. Heute gibt es auf jeden Fall Spannung, also spannende Fakten, vielleicht was zu spielen und definitiv keine Schokolade. Dafür aber drei Flügel in der Neuauflage eines Klassikers von Kobi. Willkommen in der Nordenklössenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, genau, ihr habt es schon erraten, wir sprechen heute über die Neuauflage der Fokker DR1. Hier haben wir die 2974 von 2018, es müsste so Februar gewesen sein, als ich sie mir gekauft habe. Wir sprechen aber heute über die Neuauflage, die 2986, beziehungsweise, um genau zu sein, die 2985, nämlich die Limited Edition der Fokker DR1 von Kobi. Diese kamen heute per Luftpost quasi zu mir hier auf dem Bautisch und die möchte ich euch heute vorstellen. Ihr wisst, das ist immer ein doppeltes Unboxing bei so einer Limited Edition, denn sie sind ja immer nochmal umverpackt und ich finde wirklich, dass hier das Treeplane, das ist die Fokker DR1, eines der vielleicht ikonischsten Kobi-Sets überhaupt ist. Meine große Liebe mit Kobi hat hiermit fast angefangen. Gut, es gab ja noch einen Panzer IV, aber ich glaube, viele, viele Menschen von euch haben auch mit als ersten Schritt diesen hübschen Dreierdecker sich gegönnt. Und was liegt danach, als die neue Version ein bisschen mit der alten zu vergleichen? Zwischendurch ein paar Fakten, ihr kennt mich und jetzt, Freunde, nicht lang schnacken, auf den Bautisch den Karton auspacken. Ja, Freunde, da haben wir den Karton. Ihr seht, ich habe es mir zweimal gegönnt, das Set. Ich konnte einfach nicht warten bis Dezember, denn im Dezember, da soll ja die normale Version, die eben gerade schon erwähnte, 2986 in die Läden kommen, sofern Kobi hier recht behält, denn wir wissen manchmal irgendwie, ja, da halten sie sich an ihre eigenen Katalogvorgaben nicht. So, jetzt schneiden wir es hier auf. Ich habe die 14 und die 15, also relativ früh kam das raus. Ich habe das ja auch auf meinen Community-Tab geteilt bei YouTube. Das mache ich immer mal wieder und natürlich auch in meiner Telegram-Gruppe und auf Discord. Sobald ich weiß, dass es Limited Editions gibt, dann poste ich das. Denn Kobi hat hier aufgehört, das zu teilen. So, Freunde, die 14 geht auf die Seite. Die bauen wir wann anders. Wir bauen hier heute die Nummer 15. Ich glaube, nämlich eines der letzten Sets, die ich gebaut habe, Limited, war auch die 15. Von daher passt das ganz gut. So, schneiden wir es hier auf. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich hätte gern dieses Kobi Klebeband. Das ist sehr gut. Und, ah, Freunde, der schöne neue Karton von Kobi, das sehen wir ihn. Und ja, nichts dabei. Was soll man auch bei einer Limited dazu packen? Da haben wir die Historical Collection Great War Limited Edition 2985. 212 Steinchen, eine Minifigur 2 in 1. Wir können sie also in zwei Versionen bauen. Und ja, optisch hier schon so ein bisschen angelehnt an den alten Karton. Und ganz wichtig, dieses Set ist im Maßstab 1 zu 32. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da haben wir Fakten zum Flieger und natürlich den Herrn Baron Manfred von Richthofen vom Jagdgeschwader 1, auch im Frühjahr 1918. Warum auch? Da komme ich gleich nochmal dazu. Hier sehen wir ein Originalbild und wir sehen hier, dass der Flieger 17,5 cm lang ist und 11 cm hoch. Schauen wir uns noch mal kurz die Spannweite an. Hier sehen wir es, die ist nämlich bei 22,5 cm. Und natürlich ganz wichtig, die Minifigur in 1 zu 1, sonst wäre es kein Klemmbohrstein-Set. Plus noch wichtiger, Pet Printed. Da sehen wir wieder traurige Zwiebel, Captain America, Captain Planet und die ganzen anderen Pfeile, die sich bewegen. Und hier unten natürlich wieder babylonisches Sprachgewirr. Ich mache ein bisschen schneller, denn einfach nur, damit wir gleich schon mal hier, alter Karton, neuer Karton, dass wir es ein bisschen vergleichen können. Alter Karton 24,99 und neuer Karton Limited für 29,99, meine ich war der Preis. Wir sehen schon hier, dass wir ja fast 30 Steinchen Unterschied haben und natürlich hier 2 in 1, aber auch da sehen wir das Royal Flying Corps, glaube ich so hieß es, kreist schon hier um die DR1. Hier haben wir keine Marktpanzer mehr, da haben wir Marktpanzer. So, Rückseite, ja, Figur, fast ähnlich, die lächelt mehr, der guckt etwas neutraler. Wir haben hier natürlich das weiße Karton Design, hier ein dunkles Bild, auch fast das gleiche, würde ich mal sagen. Die Fakten müssen ja eh gleich sein. Wir sehen hier, der Flieger ist 19,5 cm lang, wie ich hier schon gesagt, der 17,5. Ja, das war schon mal das Karton Design, das unterschiedliche, aber jetzt packen wir den Karton auf und ihr wisst, ihr habe ich euch schon mal aufgesagt. Packt ihn zu euch auf der rechten Seite, einmal umgeklappt, könnt ihr übrigens nochmal schon die Fakten sehen. Ich denke, dass dieser Stand hier, dass das diese fast 30 Steinchen sind, die die Mehrzahl zum alten Set zum Vergleich aufmachen. So, dann schneiden wir hier durch, durch die Aufkleber, tut mir immer ein bisschen weh, ihr wisst das, und ich kann es auch immer nicht so gut. Irgendwann verletze ich mich da mal. So, zack, weg da, Papier. Und dann sehen wir, hergestellt am 15.10.2021 in der Kobi-Fabrik in Melek um 7.36 Uhr. Seht mal, was für fleißige Kerchen. Ihr dürft als erstes reinschauen und dann lasse ich alles rausplumpeln. Karton, den geht noch nicht ganz an die Seite, deswegen haben die Nachbarn Glück. Wir haben eine Tüte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und natürlich das Wichtigste, das Zertifikat vom CEO von Kobi, unterschrieben mit der gelaserten Fliese, die Nummer 15. Das ist hier ein bisschen schmutzig, das finde ich ein bisschen schade, ey, ist eine Limited. Na ja, vielleicht rufe ich an und schimpfe. Ne, ich Kobi-Fanbau sowieso nicht. Fanboy. So, aber das Wichtigste ist ja eigentlich immer hier die Anleitung. Die sieht auch etwas anders aus. Sehr grau hier, irgendwie sehr schlicht zu schlicht. Irgendwie hier haben wir ja noch ein bisschen so, ne, und da haben wir es grau. Ja, das gefällt mir nicht so, aber hey, was meckere ich rum? 212 Steinchen, Fokker, der 1 Red Barone in 1 zu 32. Kobi-Anleitungen, wie wir es kennen, heißt, farbig ist das, was wir bauen. Grau, farbentsättigt ist das, was schon gebaut wurde. Wir haben hier immer kleine Anleitungen, was für Steinchen wir nehmen. Hier haben wir halt einen 2, ja, Bricks hohen oder einmal 1 an hohen Brick modified und hier einen normalen Brick modified in A und B. Und Kobi hat Pfeile, wo es uns zeigt, wo wir was aufzuloppen haben. Hier zum Beispiel auch, welches Seitenleitwerk wir bauen wollen, das rote oder das weiße. Und ich suche es, Kobi hat immer eine Legende zum Anlegen dieser Teils hier in einmal 1, also hier eine einmal 2 und da eine einmal 3er. Das sind Kobi-Anleitungen, Klammergebunden natürlich. Und Kobi hat ja keine Seitenanzahl, sondern immer nur eine Bauschrittanzahl. Und wir sehen, dass wir nach 67 Bauschritten mit der Fokker, der 1 fertig sind, aus diesem Stand. Dann haben wir auf den letzten Seiten immer auch die Teileanzahl und ein bisschen Werbung. Hier die Demotant, die habe ich für euch schon gebaut. Findet ihr natürlich auf dem i in der Ecke das Video. Das gleiche bei der Heinkel, ist ein sehr schönes Video geworden. Die Mee 262 und die Moskito, die werde ich euch natürlich irgendwann noch einmal vorstellen. Gleiches gilt hier für das Horch-Cabriolet. Wenn ich Glück habe, auch in der Limited Edition, beim Toaster, beim Cedron und bei diesem Soldatenpack aus dem Ersten Weltkrieg, ah, da weiß ich noch nicht so genau. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt richtig Bock habe, die Tüten hier aufzureißen und die Fokker zu bauen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Ich habe euch ja schon einmal die Fokker DR1 von Kobi vorgestellt, nämlich das Vorgängermodell dessen Sets, das ich jetzt heute baue. Daher, wenn ihr Infos zur Fokker DR1 haben wollt, klickt bitte oben rechts auf das i. Dort findet ihr mein altes Video mit den Fakten. Heute sprechen wir über Manfred Freier von Richthofen, der von 18.92 bis 1918 gelebt hat. Ich lese euch die Fakten vom lebendigen Museum online vor. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und diese Fakten sind chronologisch aufgebaut. Also mit dem Jahr seiner Geburt fangen wir an. Nämlich 18.92. Am 2. Mai wird Manfred Freier von Richthofen im Breslau, dem heutigen Wortschlaf in Polen, als Sohn eines preußischen Majors geboren. Übrigens hier ein lustiger Fakt. Ich habe auch am 2. Mai Geburtstag. Daher weiß ich, dass Herr Freier von Richthofen vom Sternzeichen Stier war. Von 1903 bis 1911. Als Kadett erhält er seine Militärausbildung in Wahlstadt, den heutigen Legniki-Pole in Polen und Lichterfelde 1920 zu Berlin. 1912. Als Leutnant tritt er in das Ulan-Regiment in Milic, den heutigen Milik in Polen ein. 1914. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges dient Freier von Richthofen zunächst als Kavalerist in Russland, wird aber kurz darauf nach Frankreich versetzt. 1915. Mai, Juli. Freier von Richthofen meldet sich freiwillig zur Flieger-Truppe für den Luftkrieg, wo er zunächst als Beobachter tätig ist. Seine ersten Aufklärungsflüge übernimmt er an der Ostfront. August, er kommt an die Westfront zurück und fliegt bei Ostende, in Belgien, seinen ersten Kampfeersatz in einem Bombergeschwader auf einem Großflugzeug. 1915-1916. Freier von Richthofen lernt den berühmten Jagdflieger Oswald Böcke, gelebt von 1891 bis 1916, kennen. Unter dessen Einfluss absolviert er erfolgreich seine Pilotenausbildung. 1916. September, er wird Böckes Jagdflieger-Staffel zugewiesen. 1916-1917. Nach dem Tod Böckes wird Freiherr von Richthofen der erfolgreichste Kampfflieger in der Staffel und zählt zur Jahreswende bereits die meisten Abschüsse aller deutschen Piloten. 1917. Er erhält den Orden Pulemerit und bekommt die neu gegründete Jagdstaffel 11 zugewiesen. Er wird Leiter und Lehrer seiner Staffel, die an der Westfront schnell berühmt und gefürchtet wird. Aufgrund der Lackierung seines Jagdflugzeuges, eines Dreideckers Fockert DR1, wird Freier von Richthofen selbst als der rote Teufel oder roter Baron bekannt. April. Nach seinem 50. Feindabschluss wird er zum Oberleutnant und kurz darauf zum Rittmeister befördert und persönlich vom Kaiser Wilhelm II. empfangen. Er wird von der deutschen Kriegspropaganda verherrlicht und erreicht einen ungewöhnlichen hohen Bekanntheitsgrad und Popularitätsgrad in der deutschen Bevölkerung. Den Pulemerit werde ich euch auch noch vorstellen, den habe ich hier aus Klemmbaustein von Mordbricks da. Demnächst folgt dazu ein Video. 1918 März. Freier von Richthofen erzielt seinen 80. Abschuss. 21. April. Sein Geschwader, das mittlerweile seinen Namen trägt, wird in der Nähe von Warsaw Somme in ein Luftgefecht mit alliierten Jagdflugzeugen verwickelt. Bei der Verfolgung eines kanadischen Jagdflugers wird Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen in seinem Flugzeug durch einen Brustdurchschuss tödlich verwundet. Ob der tödliche Schuss von einer zweiten kanadischen Maschine oder einer australischen Flugabwehrstellung am Boden kam, ist bis heute umstritten. 22. April. Die Alliierten bestatten Richthofen mit vollen militärischen Ehren in Bertonglaise in Frankreich. 1925, 20. November. Der aus Frankreich überführte Leichnam wird nach einem Staatstrauerakt in Anwesenheit des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg auf dem Berliner Invalidenfriedhof vorbeigesetzt. Ja Freunde, das waren ein paar Fakten, etwas gerafft nach Chronik. Ich verlinke euch unten natürlich die Originalquelle und jetzt viel Spaß bei meinem Review. Freunde, da steht das vielleicht ikonischste Flugzeug der Welt, wenn wir mal den Kitty Hawk Flyer von den Gebrüder White außen vor lassen. Nicht wundern, ich habe es nicht gebaut wie hier. Ich habe es euch gesagt, ich habe hier diese Balkenkreuze gewählt und auch das weiße Seitenruder, einfach um die 2974 hier gleich besser vergleichen zu können. Das ist das Zertifikat, das habe ich euch schon gesagt. Hier haben wir natürlich die Steine über, die halt dann das Tatzenkreuz der ganz roten Lackierung beinhalten. Die rote Lackierung, muss ich euch auch sagen, ist hier irgendwie für mich vielleicht das größte Manko an diesem Set. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Rot ein anderes Rot ist von Kobi, kommen wir gleich zu. Es hat beim Bauen bei manchen Steinen dieses, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal China Bricks in der Hand hattet, so ein bisschen dieses Rot der China Steine. Was natürlich top ist, dass wir hier nur Prints haben. Was schade ist, dass wir nur einen einzigen originären Stein über haben. Und das ist hier auch noch eine Hälfte dieses 0815 Parabellum MGs, so heißt es. Das ist das einzige Steinchen, was über ist. Was aber wieder schön ist, dass wir unter der Figur, ich zeige es euch mal gleich, diese Kobi typische Jumper Plate dabei haben, damit wir die Figur da drauf stellen können. Und mit etwas Feingefühl und Steinchen, wenn ihr noch welche über habt, könntet ihr euch auch hier auf dem Stand zum Beispiel das umbauen und die Figur sogar noch mit auf den Stand stellen. Das geht, wenn man genug Teils, schwarze Teils von Kobi noch hat, habt ihr vielleicht, kann man sich aber auch bei Kobi ja bestellen. Der Stand ist Standard, das ist der Standard Stand, hier vorne aber mit diesem schönen 2x6 Teil, das geladert ist mit der Aufnummerierung meiner Limited, nämlich hier der 15 plus den Namen, der Focker der 1. Schön in so einem Gold-Kupfer-Ton oder Messing würde ich eher sagen, oder Weißgold, bleiben wir mal ein bisschen edel. Ja und zu diesem Stand gibt es auch noch gleich was zu sagen, denn die alte passt da auch drauf mit etwas Modifikationen. Das zeige ich euch gleich. Packen wir den Stand zur Seite, packen wir die Steine, die über sind zur Seite, die Minifiguren vergleichen wir gleich, kommen wir erstmal zum Flieger. Der, und das haben wir ja schon vorhin bei der Boxbesprechung gesagt, kleiner ist. Er ist natürlich jetzt hier maßstabgerecht kleiner, es ist 1 zu 32, das andere Set ist etwas größer. Ich finde, ganz schön ist hier, dass dieses Flugzeug wirklich durchgängig rot ist. Vergleichen ist gleich, der erste Focker der 3, 3 Doppeldecker, 3 Sitzer wollte ich gerade sagen, aber Treeplane, das erste Treeplane von Kobi hat halt noch weiße Steine, viel mehr und Verstrebungen. Hier ist alles rot. Es gibt Formteile, die sind gleich, das zeige ich euch gleich. Trotzdem wirkt dieses Flugzeug etwas gedrungener, weil es halt kleiner ist, vielleicht, weil ich halt ja auch den Vorgänger hatte. Bautechnisch ist eigentlich vieles gleich geblieben und was soll ich euch jetzt noch einmal sagen, als das ist der Dreierdecker und wir packen mal den anderen daneben. Und da seht ihr das vielleicht, dass dieses Rot ist ein Tucken kräftiger hier irgendwie, das hier und ihr seht die Größe schon. Trotzdem haben wir hier halt Formteile, die gleich sind, nämlich das ist das Heckteil hier vom, na Heckteil nicht, aber die Rückenlehne, sage ich mal vom Piloten, die ist gleich. Die ragt hier sogar so ein bisschen über, da ist die Kante, die übersteht und deswegen kann ich sie auch ganz leicht so abmachen. Und dann seht ihr, das Teil ist gleich groß und ja, das erklärt auch, warum es hier ein Tucken übersteht, warum ich hier so eine kleine scharfe Kante habe, weil wenn der Maßstab hier ein anderer ist und die Teile passen, dann muss da ja irgendwo ein Kompromiss eingegangen sein. Und das gleiche haben wir hier natürlich auch mit dem Cockpitteil, diese Öffnung hier, die haben wir hier natürlich auch und auch fällt euch auf, dass das MG auch das gleiche ist, da hat Kobi auch kein anderes Mold. Ich will nochmal schauen, ja, also da hat Kobi auch kein anderes Mold genommen. Auch die Bautechniken der Flügel sind fast identisch, wir haben hier teilweise nur andere Längen der Steine. Ihr seht es hier, da können wir mal vergleichen, dass halt hier einfach nur, müssen zwei Bricks mehr sein, zwei Noppen. Trotzdem finde ich, dass dieser Flieger komplett rot ist, hier irgendwie besser und die kleine Version wirkt, wie gesagt, irgendwie kompakter. Hier von unten sehen wir halt auch, dass wir hier viel mehr weiße Steine haben, das komplette Fahrwerk ist hier anders, hier ist es durchgängig zu, wenn uns hier noch eine 2x4er Lücke bleibt. Und was ich euch auch noch sagen wollte, ist ja der Umbau mit dem Stand, jetzt habe ich hier das MG fast abgemacht. So, wir müssen nur diese Winkelsteinchen hier abmachen, davon verlieren wir auch keine großartige Stabilität, weil wir haben hier auch einen Brick mit einem Loch. Und schon können wir hier, wenn wir das aufstöpseln, zack, haben wir auch die alte Focker auf den neuen Stand, der Limited. Das ist ziemlich cool, also falls ihr wirklich beides habt, könnt ihr ein Mischmasch machen, stellt euch die kleine ins Regal, die passt ja perfekt eigentlich in so ein Expedit rein, wie bei mir hinter dem Rücken steht und könnt die große hier auf den Stand packen oder wieder natürlich, wie es sich gehört, die kleine. So, hier müssen wir nur die Steine wieder drauf machen. Diese weißen Elemente hier betonen natürlich ein bisschen die Tragflächen und auch die Streben, aber wenn wir vom Roten Baron sprechen, dann haben wir halt hier einfach, finde ich, schon das Anliegen, dass hier alles rot ist. Hier von unten auch nochmal hier schön mit einer flachen Teil, während wir hier die ganzen Bricks haben. Also hier, das Set wirkt schon irgendwie kompakter, feiner, ist dieses kleine, wendige Kampfflugzeug, was es ja auch sein sollte. Ja, ihr habt den Speedbild gesehen, es war wirklich ein Speedbild, ich habe eine halbe Stunde gebraucht dafür. Nebenbei lief die Tagesschau, die Tagesthemen, also wirklich ganz simpel weggeknuspert. Jetzt stellen wir nochmal beide nebeneinander und gucken uns aber nochmal die Minifiguren zum Vergleich an, die, und das will ich mir kurz selber nochmal anschauen, eigentlich fast identisch aussehen. Ich halte es mir kurz einmal vor die Augen, dann sage ich es euch, ich habe ja ein bisschen mit meinen Augen. Ja, die sind beide gleich, während wir hier, ich stelle es mal richtig hin, rechts den Herrn Richthofen aus der neuen Limited haben und links den Herrn Richthofen aus der alten. Hier, der Herr, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, der Lach, dieses typische, etwas ältere Kobi Gesicht, wo noch gelacht wird bei der Deutschen Armee und rechts halt wieder so ein bisschen neutral bis böse. Wie gesagt, cool ist aber hier dieses kleine Jumperplätchen für die Figur. Und ja, ich bin zufrieden, ich bin wirklich zufrieden. Ich habe am Anfang gedacht, so klein gedrungen und ja, das Rot, aber am Ende des Tages ist es die Fokka DR1, das ikonischste Flugzeug. Ich habe es euch gesagt, das gehört zu Kobi dazu. Nicht umsonst hat Kobi das auch auf ihren neuen Karton, äh, Kartonkatalog, ich hole es mal gleich auch hier mit oben reingepackt. Kobi ist halt nun mal irgendwie, ja, der Hersteller mit dem, mit dem Roten Baron und nicht umsonst auch, und das muss man erwähnen, hat Lego ja auch schon einmal den Roten Baron in ihrem Programm gehabt. Also das Flugzeug gehört irgendwie dazu, wenn man sich mit Avionik, Fliegerei, Wehrtechnik, Geschichte irgendwie so, mit auch Geschichte der Fliegerei auseinandersetzt, dann gehört dieses Dreierdecker Kuriosum ja irgendwie dazu. Und dann kommt man nicht dran vorbei. Deswegen sehe ich das auch gar nicht so schlimm, dass das hier Kobi wieder eine Kriegsmaschine rausgebracht hat. Weil das gehört irgendwie losgelöst davon, hängt ja auch nicht umsonst in diversen Museen. Ja, apropos hängt in Museen, wir schauen uns gleich nochmal in die Augen. Und dann gibt es von mir nochmal ein paar abschließende Worte und wir sehen beide dann gleich nochmal wieder gegenüber auf meinem Baute stehen. Ja, Freunde, da sind die beiden jetzt hier final gelandet. Sie werden bald ins Museum geschoben, meine beiden Focker. Und ich habe euch am Anfang ja gesagt von den drei Sachen Spannung, Spiele und keine Schokolade. Wir haben auf jeden Fall hier Spannung. Wie ist das neue Set? Spiel, ja, man kann damit sogar spielen, würde ich sagen. Wir sind relativ robust, aber wir Sammler machen das natürlich nicht. Zwinker, Zwinker. Und drittens die Schokolade. Das bin ich und ich habe, ja und beziehungsweise auch das Set. Ich habe versucht hier vor dem Set ein bisschen die Schokoladenseite, bisschen die Schokoladenseiten zu zeigen. Und was wir drei hier auch gemeinsam haben, also das Set, das Set und ich, dass es natürlich beides Focker sind mit niederländischen Wurzeln. Und auch ich habe niederländische Wurzeln, also von daher passt das eine Herzensangelegenheit. Deswegen sage ich mit Fug und Recht doch gerne, ich bin ein Kubi-Fanboy. Auch wenn andere das Wort Fanboy immer etwas negativ meinen betonen müssen. Freunde, ich habe mal versucht, ein altes Set, ein neues Set zu vergleichen. Ich hoffe es mir einigermaßen gelungen, wobei es hier ein bisschen schwierig ist, weil viele Formteile einfach gleich sind. Da war der Flieger vielleicht nicht so das Beste, aber das möchte ich jetzt öfter machen. Kubi legt ja manches Sets wieder auf und finde, das war ein guter Einstieg, denn es ist nun mal so, ich wiederhole mich da, dieses Set ist vielleicht eines der mit ikonischsten überhaupt. Also, wie gesagt, nicht umsonst hat sogar Lego das rausgebracht und bei Kubi ist es auf dem Katalog. Apropos Katalog, ich habe noch ein paar. Wenn ihr auch mal einen richtigen Kubi-Katalog in der Hand haben möchtet, einen aktuellen, dann meldet euch bei mir und gegen das Porto schicke ich euch dann gerne eins zu. Ich habe hier noch ein paar. Es wäre schade, wenn die bei mir einfach nur so rumliegen würden. Und ihr da draußen möchte ich da vielleicht auch einmal, genau wie ich, hier ein bisschen in Hardware rumblättern. Und vielleicht mache ich dann auch noch mal eine Katalogbesprechung mit meinen Freunden, von den Kubi-Freunden und mit euch. Und dann könnt ihr parallel mit durchblättern. Schreibt mir einfach, E-Mail findet ihr in der Kanalbeschreibung auf meinem YouTube-Kanal. Da sind wir aber auch beim Stichwort, Freunde. Vielen lieben Dank, es werden immer mehr. Es freut mich über die vielen Kommentare. Ich möchte auch heute von euch gerne wieder ein Feedback bekommen. Was haltet ihr von der Limited Edition? Die ist jetzt 5 Euro teurer, Tucken kleiner, paar Steine mehr mit dem Stand. Ist das was für euch? Sagt ihr auch so, Jau, Focker D1, die braucht mir noch mal von Kobi. Oder sagt ihr, lieber nicht, wir haben noch die alte, die war doch gut genug. Das möchte ich von euch gerne wissen. Ich schreibe so gerne mit euch und ich lese so gerne eure Kommentare. Das sagt zwar jeder YouTuber, aber ihr merkt es auch, ich beantworte sie a immer und b bleiben wir auch meistens im Gespräch. Und c, freue ich mich auch immer, wenn ihr dann auch nochmal auf dem Discord kommt oder in die Telegram-Gruppe und da in die Gespräche weitergehen. Also wirklich vielen lieben Dank dafür. Und deswegen kann ich euch auch nur wieder wünschen. Habt eine schöne Zeit, klemmt was Schönes, habt Spaß am Klemmenbaustein bauen und an meinen Videos. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.